Wenn ihr wüsstet, wie viel Puder im Gesicht eines YouTubers ist, wenn der dreht, ne? Was ist denn schlimmer, als so ein beschissenes Foto von sich zu sehen und zu denken, bis eben da war ich okay mit mir, jetzt habe ich dieses Foto gesehen und zweifle die Welt an. Weil die Leute nicht wissen, so, das ist jetzt mein Tipp an euch da draußen. Und das hat nichts mit Beauty zu tun, das ist Selbstschutz. Kein Licht von der Seite und Puder. Es gibt fundamentale Tipps einfach für die Gesundheit eines Menschen. Die beiden gehören dazu und H&M-Umkleidekabinen vermeiden, wo man sich von hinten sieht. Was geht ab, Leute? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Boah, ihr haltet total. Ich greife heute mal auf ein richtig altes Konzept zurück. Und zwar, ich beantworte heute eure Fragen, die ihr mir gestellt habt. Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Fragen zu neuen Geschehnissen, über die wir auf diesem Kanal gesprochen haben. Und allgemein Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, wo ich euch heute nach Fragen gefragt habe. Bevor ich anfange, wollte ich allerdings noch eine Sache sagen. Falls ihr dieses Video heute kommt, wo es rauskommt, dann ist heute Freitag. Und zwar nicht irgendein Freitag, sondern der Black Friday. Für die Leute, die bei mir im Shop schon lange nach einem Rabattcode fragen, es ist dieses Wochenende jetzt einer aktiv. Und zwar BF20 für Black Friday 20. Und die 20 steht für 20%. Die 20% gelten auf alles, bis auf die Kerzen und den ganz neuen Scheiß, aber ansonsten auf die komplette Produktpalette. Ich verlinke euch das unten in der Infobox, genauso wie meinen Kalender. Jetzt ist er zum Black Friday nochmal 20% rabattiert auf 16 Euro. Das ist der Restbestand der Kalender. Also es wird nächstes Jahr eine neue Auflage geben, allerdings mit einem neuen Design. Bedeutet, wenn ihr gern ein komplett neues Design haben wollt, wartet bis nächstes Jahr. Wenn ihr aber gerne die Version des Kalenders haben möchtet, die ich gezeichnet habe, dann müsstet ihr jetzt vom Restbestand etwas bestellen. Auf jeden Fall verlinke ich euch alles unten in der Infobox und da könnt ihr schauen und stöbern, wenn ihr möchtet. Jetzt kommen wir zu Frage Nummer 1. Frage Nummer 1 kommt von Delia und sie fragt, ob ich noch kalt dusche. Für die Leute, die es nicht wissen, ich verlinke hier oben ein Video. Ich habe mal 7 Tage lang kalt geduscht. Das war eine Inspiration, die ich auch so ein bisschen von Wim Hof bekommen habe und dieser ganzen Kälte-Gesundheitsthematik. Ich habe mich da nie wieder zu geäußert. Nie, nie, nie wieder. Nein, ich dusche nicht mehr kalt. Im Moment mache ich weder Wechselduschen noch eiskalte Duschen. Das hat ein bisschen was mit meinem Hormonhaushalt zu tun. Meine Cortisolwerte sind so ein bisschen upside down. Ich werde aber nächstes Jahr mit voller Freude wieder einsteigen, weil das war der Shit. Für alle Leute, die keine Ahnung haben, wovon ich rede und die jetzt in der Corona-Zeit vielleicht ein bisschen Antrieb brauchen, ich kann es euch nur empfehlen. Ich glaube, diesen Flinch, also gerade in dieser Corona-Zeit einen Flinch zu überwinden, was ein Flinch ist, das erkläre ich im Video, verlinke ich auch unten in der Infobox, ist genau die richtige Zeit dafür, um sich auch mental hochzuholen. Wer noch nie ein kaltes Duschen-Experiment gemacht hat, schaut euch das Video an und probiert es wirklich mal eine Woche aus. Ich glaube, dass das auf mentaler Ebene richtig gut für einige gerade sein könnte. Frage Nummer 2. Was würdest du studieren, wenn du es nochmal machen könntest? Ich bin irgendwie froh, dass ich das studiert habe, was ich studiert habe, weil es mich hierher gebracht hat. Ich fand mein Studium so nervig und alles, was danach folgte irgendwie auch, dass ich genau hier gelandet bin. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber wenn wir jetzt einfach mal das Studium separat von allem anderen einzeln betrachten, Ich glaube, ich würde irgendwas Künstlerisches machen Richtung Schauspiel, wo man in eine Rolle schlüpft. Da hätte ich richtig Bock zu. Vielleicht auch Richtung Theater, weil ich weiß nicht, wieso große Menschenansammlungen und Unterhaltung, also überhaupt Kultur und Unterhaltung, diese ganze Branche in großen Hallen macht ganz viel mit mir. Und irgendwas in die Richtung hätte ich, glaube ich, gern gemacht. Vielleicht auch irgendwas Richtung Film. Film studieren, Regie. Maite fragt, wie hält man den Funken in einer Beziehung am Leben? Ich glaube, jeder Mensch, fast jeder Mensch. Zumindest zwei Drittel. Es können nicht so viele anders sein als ich. Jeder Mensch, der in einer Beziehung ist, kommt irgendwann an den Punkt, wo er sich diese Frage stellt. Weil Beziehungen werden langweilig. Die besten Beziehungen schlafen mal ein. Die besten Beziehungen kriegen mal so taube Füße, dass man so sagt, Hallo, aufwachen, Libido, au, jetzt habe ich mir wirklich wehgetan. Also das Allerschlimmste, was man tun kann, und das weiß ich aus Erfahrungen von Freundinnen, von mir, Vergangenheit. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, dich da reinfallen zu lassen, dass deine Beziehung langweilig ist, wenn du eigentlich den Wunsch hättest, sie weiterzuführen. Weil nur, weil eine Beziehung manchmal einschläft, bedeutet es nicht, dass es nicht der Richtige ist. Es bedeutet sehr, sehr häufig auch, dass du etwas falsch gemacht hast, dass er etwas falsch gemacht hat, dass sie etwas falsch gemacht hat. So, dass es nicht unbedingt zuträglich für die Beziehung war. Und das Allerschlimmste, was man dann machen kann, ist, mit dieser Welle zu strömen und zu sagen, Egal, ich lasse mich da kurz reinfallen. Ich gehe jetzt einfach, ich lasse den, sie oder ihn einfach mal zu Hause sitzen und gehe Party alleine machen und lerne neue Menschen kennen. Und, oh, da ist dieser Boy, da flirte ich mal ein bisschen rum und dann schreibe ich mal ein bisschen. Das ist etwas, was ich richtig häufig erlebt habe, dass Leuten in Beziehungen super langweilig wird und sie die Aufregung dann im Außen suchen, um das innerhalb der Beziehung auszugleichen. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber das wird eure Beziehung komplett zerstören. Abgesehen davon, dass ihr damit sehr, sehr schnell, ganz, ganz schnell an eine Grenze kommt, die ein absoluter Vertrauensbruch ist und Gefühle auf der anderen Seite verletzt, wenn ihr eine monogame Beziehung führt, werdet ihr noch mehr das Gefühl haben, dass eure Beziehung langweilig ist. Die Lösung liegt immer in der Beziehung zwischen euch und dem anderen. Bedeutet, ihr müsst das irgendwie aufregender gestalten. Also müsst ihr analysieren. Ihr müsst euch hinsetzen und beobachten. Das Beste ist, ihr beobachtet zwei, drei Tage wirklich mal den Alltag. Was passiert ihr? An welcher Stelle bin ich genervt? An welcher Stelle bin ich gelangweilt? Was mir immer hilft, ist etwas weniger Zeit miteinander verbringen und die Beziehung zu sich selbst stärken. Und dann, wenn man sich aber sieht, intensiv Zeit miteinander zu bringen. Bedeutet, nicht nur sich vom Fernseher berieseln zu lassen und im Grunde genommen gemeinsam gelangweilt zusammen zu sein, sondern Spiele zu spielen, sich vielleicht sogar zusammen zu betrinken und Musik zu hören und zu tanzen und zu lachen. Rausgehen, was erleben. Normalerweise würde ich sagen, reisen, Ausflüge machen und so weiter. Wieder wirklich den anderen erleben, weil ihr trefft euch ja auch nicht mit Freunden und denkt so, ja, okay, wir setzen uns nebeneinander und starren auf den Bildschirm oder kochen zusammen und essen und hören dabei ein Hörbuch. Man sorgt eigentlich mit Freunden immer dafür, dass es irgendwie analytisch wird oder spaßig oder irgendwie emotional oder cool oder interessant. Und ganz oft vergisst man das in der Partnerschaft. Ich würde sagen, vielleicht die Quantity-Time etwas runterfahren, dafür die Quality-Time aber etwas hochfahren. Und ein bisschen schauen, was langweilt mich eigentlich und was finde ich eigentlich aufregend. Und das vielleicht auch mal den Partner fragen. Denn manchmal kann man sich ganz neu entdecken. Und dann geht die Sexy-Time wieder los. Denn man sagt so, oh, wer bist du denn? Und der andere sagt, oh, ich bin ich. Und dann macht man eine Pyjama-Party. Wo wärst du jetzt gerne? In Klammern ohne Corona. Ach, überall, Leute. Überall. Ich wäre jetzt gerne in Ecuador, glaube ich. Sandra's Memories fragt, Stadt oder Land? Oh Gott, dazu habe ich mal ein ganzes Video gemacht. Leute, weiß ich nicht. Ich entscheide mich jedes Mal wieder. Weißt du? Nein, doch. Ich habe jetzt eine Antwort. Ich habe jetzt eine Antwort. Stadt und Land. Ich bin ambivert. Tipp an dein Ich Anfang 20. Mach alles genauso weiter, wie du es machst. Geht gut. Ich habe das ja ganz gut gemacht. Ich glaube, ich hätte mit Anfang 20 jetzt nicht unbedingt einen Tipp aus der Zukunft gebraucht. Vielleicht würde ich sagen, mach mehr Sport. Lieber das krasseste Luxushotel oder campen in der schönsten Natur? Kann ich nicht beantworten. Ich weiß, alle Romantiker wollen jetzt hören. Natürlich campen in der schönsten Natur. Aber ich liebe auch Hotels. Ich liebe es, in Hotels zu sein. Ich war letztens gerade, also vor zwei Monaten, war ich eine Nacht in einem Hotel. Ich bin in die Lobby gekommen und ich habe solche Glücksgefühle. Es sind so manche Orte, Flughäfen, Bahnhöfe, Hotels und Freizeitparks. Und so Räume mit so großen Bühnen, so Konzerthallen und Stadien und sowas. Aber das ist das. Oder Berlin Mitte oder so an den Universal Gebäuden. Alles, was groß ist. Ich liebe alles, was groß ist. Ich mag beides. Tabas Kong Gonzalez schreibt, wann heiratet ihr? Ach ja, du da fragst mich was. Also meine ursprüngliche Idee war 2021. Ich möchte aber ganz ehrlich mit euch sein. Ich habe voll keinen Bock auf eine Hochzeit mit Masken. Ich will das irgendwie nicht. Ich will das nicht. Ich möchte eine Hochzeit ohne Masken, wo alle sich richtig nahe kommen können. Ich möchte eine Hochzeit haben, wo Menschen unangebrachterweise miteinander knutschen, nur weil sie zu voll sind. Also meine ursprüngliche Idee war 2021. Ich habe allerdings natürlich keine Location und weil ganz, ganz viele Leute, die 2020 nicht geheiratet haben, bestimmt ihre Hochzeit auf 2021 verlegen, wird das bestimmt dann auch nicht so leichter, was zu finden. Und deswegen lasse ich jetzt einfach so ein bisschen Zeit vergehen und schau mal, was passiert. Ich denke, zu dem Zeitpunkt, sollte es 2021 die Möglichkeit geben, ohne Abstand eine Party zu feiern, dann auch eine Party mit mehreren Leuten, dann würde ich gucken, ob ich irgendwas finde. Ansonsten würde ich die Hochzeit einfach ein Jahr weiter verschieben und würde sie auf 2022 schieben, in der Hoffnung, dass wir dann alle schön miteinander tanzen, schwitzen und knutschen können. Ich habe so krass lange jetzt geredet und es sind noch echt coole Fragen über, deswegen habe ich gerade beschlossen, ich teile das einfach in zwei. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, für eure Süßigkeit. Ich sage au revoir.